Du bist mein liebster Gast, weil du so etwas Liebes hast. Du kannst kommen, wann du willst, wann auch immer es dir passt. Du bist umdass mein allerliebster Gast. Wir sind in Paris, in der Rue de Kapitän Verbeer, in dem legendären Studio Verbeer. Hier waren alle Großen des Chansons. Hier war Charles Aznavour, hier war Gilbert Bécot. Hier haben wirklich alle gearbeitet, vor allen Dingen Serge Gonsbourg. Es steht hier sogar ein altes Sofa rum, das Serge Gonsbourg selbst angeschafft hat. Und wir haben uns gedacht, wir fahren hierher und nehmen hier mein neues Album auf. Ein Album mit neuen Fassungen alter französischer Chansons. Oft Lieder, die auch in Deutschland seit einem halben Jahrhundert sehr populär sind. Manche stammen sogar aus den späten 30er Jahren, also echte Klassiker. Wir haben gedacht, wir lassen uns inspirieren hier von Paris im Frühling. Wir lassen uns inspirieren von diesem historischen Gemäuer, von dieser prähistorischen Technik und von diesem großartigen Team im Studio Verbeer. Und ich glaube, es funktioniert. The thing is, I love the toy piano. I have it on many records. Here and there is an effect. The thing is, I love the toy piano. Viele kommen mich besuchen, viele sind mir lieb und wehr, doch nur eine, ja nur eine. Möchte noch jemand noch mehr kaufen? Du bist mein allerliebster Gast, weil du so etwas Liebes hast. Du kannst kommen, wann du willst, wann auch immer es dir passt. Du bist und bleibst mein allerliebster Gast. Du bist mein liebster Gast. Auch wenn du einen Fehler hast. Du kommst viel zu selten hin. Diese gemeinsamen fünf Tage hier, die wir als Quintett gemeinsam aufnehmen, die bieten uns doch mehr Zeit, als wir ursprünglich vermutet haben. Und auch das führe ich zurück auf diesen ganz besonderen Geist, der hier in diesem Studio über uns und um uns kreist. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Vielen Dank.